Hallo Kackbratzen! Pocket Stationの発売日が1月23日になりました。 楽しみにしていた皆さん。 もうしばらくお待ちください。 Jedenfalls fand Sega die Idee im Juli 1998 noch so gut, dass man unter der Godzilla-Lizenz ein Eingangsding mit dem Namen VMU auf den Markt brachte, das mit einem Minispiel der besagten mutierten Eidexe ausgestattet war. Interessanterweise kam das spätere Speicherkartensystem der Dreamcast mehrere Monate vor dem Verkaufsstart der Konsole auf den Markt. Diese wurde in Japan erst im November 1998 veröffentlicht. Und hier kommt nun irgendwie auch Sony ins Spiel. Man hatte ja mit der Einführung der PS1 schon einen wunderbaren grauen Plastikkeks geschaffen, auf dem man nicht nur all seine Spielstände abspeichern konnte, damit man nicht mehr wie ein Steinzeitmensch irgendwelche kryptischen Codes auf Papier kritzeln musste, um in einem Spiel dort weiterzumachen, wo man das letzte Mal unterbrechen musste, weil Mutti darauf bestand zum Abendessen zu kommen. Aber nicht nur das. Man konnte auch seinen Speicherstand mitnehmen und dann damit zu Hause bei Freunden damit angeben und dort mit seinen freigeschalteten Charakteren aus Tekken 3 sofort eine fulminant-brachiale Partie starten. Sofern man natürlich Freunde hatte. Jedenfalls kann sich vermutlich heute keiner mehr vorstellen, mit wie viel Stolz wir diese kleinen Plastikdinger in Ehren gehalten haben, denn sie waren Sinnbild für stundenlange Arbeit, Schweiß und manchmal auch sehr sehr viel Tränen. Kurz gesagt, diese kleine graue Memory Card war wohl die wichtigste Erfindung aller Zeiten, denn sie brachte eine schöne Balance zwischen Nutzen und Komfort in den Gamer-Alltag. Aber warum soll man sich nur mit einem kleinen grauen Plastikklotz zufrieden geben, wenn man doch auch zusätzlich noch einen kleinen Bildschirm einbauen könnte? Dies dachte sich auch Sony und stellte auf der Tokyo Game Show 1998 mit der Pocket Station die wohl kleinste PlayStation aller Zeiten vor. Spötter werden vielleicht nun behaupten, dass Sony ganz frech die Idee von Sega kopiert hat. Aber wenn wir uns den zeitlichen Verlauf so anschauen, kann man vielleicht an dieser Theorie zweifeln. Es stimmt, dass die VMU ganze drei Monate vor der Ankündigung der Pocket Station auf den Markt kam. Aber drei Monate reichen bei weitem nicht aus, um so ein Mikro-Videospiel-System zusammenzuschustern, auf seine Marktreife zu testen und dann die Massenproduktion zu starten. Wobei in Massen die kleine Pocket Station nicht wirklich produziert wurde, aber dazu kommen wir noch. Sofern man bei Sega nicht irgendeinen Maulwurf eingeschleust hatte, waren wohl VMU als auch die Pocket Station beides mehr oder weniger zeitgleiche Erfindungen gemäß des damaligen Zeitgeists. Sega hatte nur den praktischen Vorsprung und dominierte mit dem zunächst als Godzilla-Tamagotchi-Klon vermarkteten Gerät den Markt. Warum sollte auch Sony auf die Idee kommen, dieses Ding als Bedrohung für den eigenen Markt zu sehen und mit einem eigenen Konkurrenzprodukt den Markt übernehmen? Nun, weil sie es können. Als die Pocket Station in Japan im Januar 1999 auf den Markt kam, war das Ding schneller ausverkauft als frisch gebackenes Brot. Vermutlich hat nicht mal Sony diesen unglaublichen Erfolg erwartet. Die Memory Card mit dem kleinen Flüssig-Kristallbildschirm war für Sony erstmal nur ein Experiment und wie es mit Experimenten nun mal so ist, wollte man erstmal ganz zaghaft ausprobieren, ob das Ding überhaupt bei der Bevölkerung und dann auch nur in Japan überhaupt gut ankommt. Um es nicht zu übertreiben, ließ man anfangs nur ganze 60.000 Stück dieser kleinen Mini-Playstation produzieren. Es ist vermutlich unnötig zu erwähnen, dass die kleine Stückzahl binnen weniger Augenblicke komplett ausverkauft war. Der Hype war so unglaublich groß, dass man mit der Produktion nicht mehr hinterherkam und man gerade so den japanischen Markt befriedigen konnte. Es gab zwar auch große Pläne, die kleine Pocket Station irgendwann auch im Westen zu veröffentlichen, aber ihr wisst ja vermutlich selbst, wann dann bei uns das Ding auf den Markt kam. Richtig! Niemals! Das war für uns damals natürlich ein Tritt in die Klöten, denn die Marketingmaschine war bereits auf vollen Touren und man druckte sogar riesige Artikel in allen damals bekannten Magazinen ab, was den Hype natürlich nur noch vergrößerte. Allerdings bereitete man auch schon den Start der PS2 vor und mal davon abgesehen, dass man nach Jahren immer noch nicht mal den japanischen Markt sättigen konnte, kündigte Sony im Sommer 2002 an, dass man die Produktion der kleinsten Playstation aller Zeiten nach gut 5 Millionen verkauften Exemplaren einstellt, ohne dass sie jemals den Westen erreichen wird. Das war für hiesige Fans natürlich eine große Arschkarte. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, ob der Markt für ein Nischengerät wie die Pocket Station in Europa ebenfalls so groß gewesen wäre, wie im fernen Japan. Aber gut, was ist eigentlich die Pocket Station und was machte Sonys erstes tragbare Videospielsystem-Experiment eigentlich so erfolgreich? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, ein Pocket Station, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Die Pocket Station war teils Speicherkarte, teils tragbare Konsole, teils PDA. Das Design der leicht pummeligen Memory-Karts samt Bildschirm wurde übrigens von Titan Photo erschaffen, der sich nicht nur um das Äußere der PS1 kümmerte, sondern auch um das Design der PS2 und PS3. Den Platz der oberen Hälfte des Dings nimmt der 32x32-Punkt-kleine LCD-Bildschirm ein. Darunter befinden sich vier Richtungstasten sowie eine Aktionstaste und ein Reset-Knopf. Klappte man nun die Lasche der unteren Hälfte auf, entblößte man den Stecker der eigentlichen Speicherkarte, die man dann wie gewohnt in seine PS1 stöpseln kann. Angetrieben wurde die Pocket Station von einem ARM 7T 32-Bits-Prozessor mit 2 KB SRAM und 128 KB Flash-Speicher, was also die Rechenleistung eines mittleren Taschenrechners war. Für den knackigen Sound sorgte ein 10-Bits-Lautsprecher und für einen leichteren Datenaustausch mit anderen Pocket Station-Systemen pflanzte man auch noch eine Infrarot-Schnittstelle in das Ding ein. Für den nötigen Saft sorgt eine kleine Knopfzellenbatterie. Um etwas Farbe ins Leben zu bringen, gab es die Pocket Station in weiß, durchsichtig, schwarz und sogar in pink. Natürlich war die Hardware nicht unbedingt ein Powerhouse, aber sie war stark genug für die eigentliche Hauptfunktion. Abgesehen davon, dass die Pocket Station nach wie vor als komplett normale Speicherkarte mit Platz für 15 Blöcken fungierte, konnte man nicht nur sehr kleine Minispiele darauf installieren, sondern das Ding auch als Wecker, Kalender oder als kleine Taschenuhe benutzen. Mit der besagten Infrarot-Schnittstelle ließen sich aber nicht nur Spieldaten zwischen zwei Geräten austauschen, sondern es gab sogar bestimmte Minispiele mit einem Mehrspielermodus. Ich weiß, dass das für heutige Maßstäbe komplett witzlos klingt, denn wer spielt schon gerne auf einem Bildschirm, der etwa die Größe einer Briefmarke hat. Aber das Angebot der Spiele, die jetzt vielleicht nicht so wirklich umfassend waren, war erstaunlicherweise ziemlich gut und übertrafen vom Gameplay her sogar teilweise den Umfang der kleinen Tamagotchi-Kackhaufen-Weckwisch-Simulatoren. Wie kamen aber nun die vielen schönen Spiele auf das Hosentaschen-Videospielsystem? Mal abgesehen davon, dass es in der kurzen Karriere der Pocket Station auch exklusive Spiele für das Ding gab, kamen die meisten Spiele in Form als Bonus von ganz normalen PS1-Titeln daher. Die Liste der Titel, die die Pocket Station unterstützen, ist ziemlich lang und umfasst knapp 100 Spiele, darunter auch ein Final Fantasy VII, Street Fighter, Spyro, Grandia oder sogar Metal Gear Solid Integral. Nutze man die Pocket PlayStation als Speicherkarte, konnte man in diesen Spielen mittels einer Extra-Option die enthaltenen Minispiele auf die Minikonsole herunterladen und darauf installieren. Wer also hierzulande eine Pocket Station betreiben möchte, wird es mitunter schwer haben, denn man benötigt nicht nur die japanische Version der kompatiblen Spiele, sondern eben auch zusätzlich eine japanische PS1, um überhaupt in den Genuss der Minispiele zu kommen. Zudem sollte man auch japanisch lesen können, denn keines der verfügbaren Spiele wurde jemals lokalisiert. Und das ist wirklich schade, denn die Spiele waren tatsächlich ziemlich witzig. In Final Fantasy VII gab es zum Beispiel ein Minispiel namens Chocobo World, in dem man einen Chocobo namens Boko spielte, der nicht nur Items einsammelte, die man dann ins Hauptspiel transferieren konnte, sondern es gab mitunter auch kleinere Mini-Gefechte. Interessanter war vermutlich das Spyro-Minispiel, das eigentlich wirklich mehr oder weniger ein Tamagotchi-Klon war, in dem man einen kleinen Drachen zusätzlich auf kleinere Missionen schicken konnte. Und noch einen Tacken besser war das Minispiel zu Street Fighter Zero 3, das tatsächlich ein handfestes, rundenbasiertes Kampf-Minispiel war, mitsamt Tritten, Kombos und haste nicht gesehen. Sehr großartig war auch das Minispiel zu Crash Bandicoot 3. Es war mehr oder weniger eine Ansammlung aus verschiedenen Spielen, wie ein kleines Schiebepuzzlespiel, ein rudimentäres Tanzspiel, aber auch ein ziemlich fetziges Top-Down-Jump'n'Run. Das eigentliche Problem war nur, dass das Minispiel schon ganze 12 der 15 verfügbaren Speicherblöcke auf der Karte einnahm, womit für Safe Games nicht mehr allzu viel Platz war. Das war aber ein Schicksal, das die meisten Spiele mit der Pocket Station teilten. Es waren allesamt regelrechte Speicherfresser und machten die Memory-Card-Funktion quasi obsolet. Wie erwähnt gab es aber sogar extra für die Mini-Playstation-exklusiv entwickelte Spiele. Darunter die absolute Killer-App Dokodemo Isho, das übrigens mein absoluter Favorit ist. Es war übrigens auch der erste Auftritt der Katze namens Toro, die zugleich auch das japanische Maskottchen der PlayStation war. Insgesamt konnte man von Dokodemo Isho stolze 1,5 Millionen Einheiten verkaufen und somit war das Minispiel auf Augenhöhe mit vielen anderen klassischen PS1-Hits. Rein oberflächlich ist es ein weiterer Tamagotchi-Klon mit dem großen Unterschied, dass Toro nicht sterben kann und auch keine kleinen Kackhaufen hinterlässt. Trotzdem verlangt er ganz viel Liebe von euch und will auch ab und zu mit euch spielen. Des Weiteren kann er nicht nur neue Wörter lernen, sondern unterhaltet sich auch gerne mit euch, wobei er ellenlange Fragen über eure Vorlieben stellt, wie etwa auch welchen Kuchen ihr gerne esst. Fragen, die die Welt bedeuten. Insgesamt hat dieses Spiel jedenfalls ein eigens Video verdient. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es im YouTube Nirvana landet. Gleiches gilt auch für alle anderen Spiele für die Pocket Station, auch wenn man hier gleich mehrere dieser Minispiele in ein Video packen könnte. Es ist jedenfalls eine lustige Ergänzung, dass man mit diesen kleinen Spielen, so dumm sie auch sein mögen, meist nützliche Items für das Hauptspiel freischalten kann. Das in Zeiten, in denen DLC praktisch noch nicht erfunden wurde. Als das Ding auf dem Markt kam, musste man gut 2000 Yen dafür auf die Theke blättern. Nicht unbedingt viel für eine Memory Card, die weit mehr machte, als nur Spielstände zu speichern. Wenn man allerdings ehrlich ist, war aber auch nur mit einem installierten Spiel, wie gesagt, der Nutzen als Memory Card schon nicht mehr vorhanden. Aber zumindest hatte man eine tragbare Playstation, mit der man auf dem Weg zur Arbeit oder Schule wenigstens eine gute Zeit verbringen konnte. Bis eben im Jahr 2004 Sony die PSP vorstellte und den Markt der mobilen Videospiele komplett revolutionierte. Noch heute ist sie wohl eine der erfolgreichsten tragbaren Konsolen aller Zeiten, aber das ist definitiv eine Geschichte für ein anderes Video. Heute ist die Pocket Station nicht mehr als ein obskures Gerät, das zwar einen unfassbaren Erfolg seiner Zeit feierte, aber leider eben mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist. Diese Pocket Station ist in der Playstation Vita zurückgekommen! Ich bevorzuge die klassische Art, auf dem kleinen durchsichtigen Ding meine Spiele zu installieren. CD in das Laufwerk der Playstation, Pocket Station in den Speicherkarten-Slot und Spiel installieren. Übrigens gibt es auch ein wunderbar kleines Minispiel zum fabelhaften Tokio-Fus-Guide, das ich hier schon mal vorgestellt habe. Es ist zwar nur ein kleines Verkehrsquiz, aber trotzdem ist es lustig, dass selbst Spiele für die PS2 noch die Pocket Station unterstützten. Was bleibt ist ein schruliges Vermächtnis, mit dem man aber auch heute noch Spaß haben kann. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das winzige Ding mit dem noch kleineren Schwarz-Weiß-Bildschirm mit 32 Pixeln eine wichtige Rolle für die Entwicklung der PSP spielte. Habt ihr auch so eine Pocket Station zu Hause und wenn ja, nutzt ihr sie auch noch oder ist sie nur irgendein Staubfänger in eurer Sammlung? Rockt die Kommentare und lasst es mich wissen! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala